Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich willkommen zu einem weiteren XRP-Update-Video. Ja, momentan traden wir bei 51 US-Dollar-Cent. Wir haben unsere Ziellevel erreicht und dann ging es sofort wieder nach unten. Also auch XRP ist im Endeffekt genauso wie Bitcoin momentan in einer übergeordneten Seitwärtsphase gefangen. Wir haben zu wenig News und die News, die kommen, sind dann auch noch fake. Wieso ich das sage, das werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich nochmal anschauen im Update-Video. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News, Signale etc. Kommt da gerne rein, der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, auch zu unserem Podcast. Da kam heute um 12 Uhr die neue Folge online. Also gebt euch die gerne, AI und KI, wie wir dazu stehen, was möglicherweise auch unsere Sorgen sind, hört euch das gerne an. Auch dazu ist der Link unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, geben wir rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin, Bitcoin, XRP momentan bei 51 US-Dollar Cent. Wir hatten letzte Woche für alle, die die Analyse gesehen haben, beziehungsweise das Video sich reingezogen haben, darüber gesprochen, dass hier oben diese Grenze bei 0,52 so unser, ja, unser Ankerpunkt ist. Da müssen wir drüber. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es wahrscheinlich wieder nach unten hingehen. Und genau so ist es passiert. Wir haben die Ineffizienz geschlossen, sogar noch minimal versucht, hier diesen Orderblock zu testen. Zweimal, nur das beim zweiten Mal, und das ist sehr, sehr häufig derzeit, was mir aufgefallen ist, egal welchen Chart, dass wir uns das erste Hoch gar nicht mehr gefischt haben. Ganz im Gegenteil, wir sind nur noch minimal an dieses Hoch rangekommen und wurden dann sofort abverkauft. Ist jetzt aber nicht ganz so bearish, denn, ihr habt es gerade schon gesehen, ich habe versucht, den Abtrend noch ein bisschen weiter zu malen, in Anführungszeichen. Also dieser ist weiterhin intakt. Wir haben einen intakten Abtrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Das ist gut. Und so lange können wir auch bei XRP noch etwas bullisch sein, auch wenn wir weiterhin unter diesem mächtigen Widerstand, den wir zwar einmal schon durchbrochen haben, aber beim zweiten Mal dann sofort wieder gescheitert sind, noch vor uns haben. Das gilt jetzt aber auch im Endeffekt für uns, sollten wir diesen Trend halten können und nicht drunter brechen, trotz, ich sage jetzt einfach mal, mangelnden Handelsvolumens, was wir derzeit haben. Also es greift sich auch, egal in welchem Chart ihr seid, wir haben momentan einfach kein Volumen. Wir sind weiterhin in einem Bärmarkt, muss man dazu sagen. Durch die hohen Zinsen etc. fließt natürlich auch weniger Geld in den Markt. Auch die Trader haben momentan keinen Bock wahrscheinlich. Und ja, das ist momentan eigentlich so das einzige Negative, was es zu berichten gibt. Dann ziehen wir uns mal das FIP-Level. Wie sieht es dort aus? Von unserem Top bei 0,55 bis zu unserem Tief bei 0,45, 0,46. Sehen wir, okay, das Golden Pocket hat als Widerstand noch gedient. Wir sind aber nur bis zum 0,05 abgeprallt. Weiterer guter Step, nicht nur, dass der Abtrend hält, nicht nur, dass wir höhere Tiefs bilden, sondern auch, dass wir nur bis zum 0,05 abgeprallt sind. Und jetzt einen neuen Anlauf starten. So, wie soll das weitere Vorgehen? Wir brauchen, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ein höheres Hoch. Das heißt, wir müssen mindestens über der Marke von 0,52, 0,36 schließen. Schaffen wir das und können dieses dann auch halten. Am besten wäre sogar hier ein Daily Close drüber. Dann sieht die ganze Sache gut aus. Wir können gerne nochmal die 0,52 antesten, aber halt nicht drunter schließen. Dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir zumindest mal Richtung 0,55 oder sogar die höhere Ineffizienz bei 0,56, 0,56 abschließen. Klingt ganz gut. Das wäre so das weitere bullische Vorgehen, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, sollte Bitcoin natürlich auch diesen Weg nach oben hin weiterhin ebnen. Dann sieht das Ganze ganz gut aus. Trade-technisch, wie gesagt, tue ich mir hier derzeit noch ein bisschen schwer. Wir haben mit einem 1-Stunden-Chart einen RSI, der absolut 50-50 ist. Also hier brauchen wir erstmal keine großen Impulse erwarten, aber, und jetzt wird es wieder ein bisschen ungeschickter hier, beziehungsweise chart-technisch ein bisschen, naja, muss ich wegmachen, nochmal neu anziehen, das FIP-Level. Also FIP vom Bottom zum Top. Da sehen wir, okay, so ein Einstieg so bei 0,50, 0,58 könnte ganz gut sein, weil eben hier das FIP-Level, also das Golden Pocket liegt. Wir haben hier auch noch einen WIG, den könnten wir dann eventuell noch mitnehmen. Das heißt, dieser Fahrtweg wäre jetzt momentan das Optimalste für uns. Auch was Risk-technisch anbelangt, natürlich, wenn wir hier reingehen am Golden Pocket, wenn er denn das auch nehmen würde, können wir uns das mal ganz kurz angucken, hätten wir einen Risk von 0,66%. Wer es ein bisschen deeper mag, kann sich auch hier zwei Entries einfach reinsetzen, weil das Risk von 1,3% würde dann nach diesem zweiten WIG ja noch mitnehmen einfach und da liegt aber nicht so viel Volumen. Also man muss es nicht unbedingt machen, wer aber den risikoarmeren Weg mag und nicht so viel Risiko einfach mag, kann sich einfach hier eine Order am Golden Pocket liegen, also kurz davor. Die zweite Order würde ich dann ganz ehrlich hier unten bei 0,50, 30 setzen. Dann hat man einen guten Mischmarsch-Entry und das Risiko halbiert, naja gut, drittelt sich zumindest ein bisschen. Also wir haben dann nur noch knapp unter 1% einen Risk und das ist absolut human, wenn dann gegebenenfalls eben diese Bewegung nach oben entkommt, haben wir hier auch ein sehr, sehr gutes CRV. Zumindest mal der erste Step, sollten wir sogar noch ein bisschen überschießen, hätten wir hier ein sehr, sehr gutes CRV von 1 zu 9. Also XRP grundsätzlich bullisch, letzte Woche oder im Laufe der Woche war es ja dann schon wieder ein bisschen zu bullisch, weil letzte Woche ein bisschen News rauskamen. XRP statt Bitcoin, BlackRock News sorgen für Euphorie, es gingen die Gerüchte rum und da hat es eben schon angefangen. Überall liest man, hey hier Gerüchte und sowas, Gerüchte, BlackRock verzichtet auf Bitcoin, sie wollen lieber XRP und sowas. Im Endeffekt habe ich von Anfang an gesagt, Leute, glaubt erst einmal nicht an den Scheiß. Also es hat auch komischerweise, und das hat mich gewundert, keine Auswirkungen im Chart gehabt, trotz dieser großen Rumors und vor allem, ihr wisst ja, was XRP für viele Menschen da draußen bedeutet. Gab es einfach nicht diesen Pump und im Endeffekt, ich glaube einen Tag später oder sogar ein paar Stunden später, wurde das alles schon wieder zurückgenommen und ja, im Endeffekt hat es sich als Fake News herauskristallisiert. Das ist aber auch momentan das Einzige, was es bei XRP zu berichten gibt. Ansonsten, SEC hat glaube ich ihren Antrag gestellt für, ja, fürs Berufungsverfahren. Also so ganz sicher ist die Sache auch noch nicht. Lasst euch nicht leiten, ganz ehrlich, verfallt nicht in zu frühe Euphorie, ihr müsst euch auch nicht. Und das ist nochmal ganz wichtig, auch wenn ich mich da unbeliebt mache, ihr müsst euch nicht jeden Tag mit XRP beschäftigen. Wenn ihr an die Technologie glaubt, dann wird diese Technologie auch folgen. Da braucht ihr keine 100.000 News, ob das Land und das Land und das Land das jetzt akzeptiert. Es ist einfach absolut unnötig, sich jeden Tag das anzugucken, aber es bringt halt Klicks, das ist das andere. Aber gut, das ist nur meine Meinung dazu, ich wollte euch nur nochmal ein bisschen ins Gewissen reden. Das war das Wort zum Freitag und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende, wünsche euch einen guten Start ins Wochenende. Wie gesagt, Podcast gerne anhören, wir hören uns nächste Woche zum XRP Update Video, ansonsten jeden Tag Bitcoin Analyse hier auf diesem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao, schönes Wochenende und wie immer, stay creative.